So, wir brauchen einen neuen Stürmer. Wir wollen Kolomuani haben. Der ist zu teuer, den könnt ihr euch nicht leisten. Dann nehmen wir Viktor Osimann. Freunde, der ist noch teurer. Was mit Vlaovic? Wollt ihr 80 Millionen zahlen? Spinnst du für Vlaovic? Nein! Dann Kane. Der hat aber noch ein Jahr Vertrag. Versucht euer Glück. Servus, Tottenham und DC. Wir hätten gerne Harry Kane. Wir bieten euch 70 Millionen. 100 Millionen. Wir bieten euch 80 Millionen. 100. 90. 100. Lücke, mein allerbester Jugendster. Wie sieht's aus? Willst du nächstes Jahr Stürmer des FC Bayern sein? Ach, nö, nö. Ich bin ganz üblich an der Weser. Aber danke euch.